jo leute willkommen wieder zurück zur spark challenge immer noch mit dem doofen flash nein mit günther muss ich auch mal wieder sagen mit dem doofen flash ja das war mir klar aber du machst doch gerne aufnahmen mit mir nein doch sei doch nicht so böse und gemein zu mir du zwingst mich doch nur dazu ne ne stimmt gar nicht doch doch das stimmt wohl ne 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 das doch 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 ich sehe da geht's so weiter geht's ja ganz schnell zurück die runde haben wir zurückgelassen weil die nicht mehr hinterher wollten irgendwie du bist weißt du hast du hinten in japan verkauft ein ich bin dann nur lang geschwommen und die hast du verkauft ein sicherlich verkauft jungs er geht mich auf das wäre ich will auf dem zwirschchen für schokolade gas gas treffe ich jetzt überhaupt mal naja der verschwindet jetzt schon mal das ist mit hier naja weiter geht bleibt mir zu alle da blum alle da so bum 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 blum hrrr okay auf jeden fall hm ich weiß findest du toll hmhm oh definitiv diese mindernjährige zuschauer vielleicht ja das kennen die doch mittlerweile sind erdpenisse standard noch mal hingepflanzt das wasser 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 was ich will weiterfahren ob ich passt das auch ganz gut noch mal bauen weil immer meine boote kaputt gehen lava alter warum ist über lave jetzt kann ich jetzt bist auch immer bootfahrer wieder hast du deine eigene holzjagd kaputt gegangen wir sind schon wieder im niveau ich glaube du warst auch der captain der mss niveau wir sind hatten wir überhaupt schon mal niveau nahe heden nein ich glaube ich muss man unterwegs noch mal bäume fällen mir geht so lange das holz aus wo ich boote schritt dann immer bin ich denn hier lang gegangen auch toll es war es boot schon wieder kaputt meine stadt wo ich wieder aus gleich vier minuten aber wo habe ich denn die fackeln gesetzt habe ich doch in staatlich von hatte hatte und zwar moment 4 3 2 1 jetzt vier minuten ok dann passt das auch wieder da vorne ist auch eine festung oder dass man eine wüsten festung interessant könnte ich noch mal gehen aber eine höhe weil jetzt aber gerade aus weiter hoffentlich war ich auch richtig ja ein teil von der festung gefunden aber ich weiß nicht ob da was drin ist glück gehabt glück und ich war wieder auf dem wasser erst mal ein stiefeln hier guten tag ein stiefeln kiff ich diese hier ist zu wo fühlt mich das hier hin an eine chest 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 in jeder richtung war gerade eine truhe egal und ich habe blaze words das ist schon mal gut naja das war erneut dass da jetzt auch tun sind naja das auch die naja fährt auch schon gefunden oder nicht nein ich finde ganz nur in den wüsten tempel und doch ja gut ist ja auch nicht schlecht schnell zu findest du sein so festungen noch eine lustmündung geht auch nicht bremsen 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 war du verlierst auch gar keinen hunger wenn auf dem boot fest so richtig dass du keine ahnung hast du keine ahnung hast du keine ahnung hast du keine ahnung hast nachher ja doch jetzt gibt es keine runde mit leid für dich schade ist für mich auch nicht so wasser 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 da liegen gleich das brot wieder hinsicht stilles oder tiefes wasser sagt der eine preis zu dem anderen preis und er fragt der eine preis dem anderen preis was machst du ich falle okay ich dachte mal sind so einen schlechten jog raus zu bringen ist ja nichts neues bei dir sowieso nicht ich weiß ah verdammt okay fahren wir in die richtung weil dann geht das mit z auch weiter runter so so war 178 muss ich auch ein bisschen nein hinten verschnecken muss ausweiten weil sonst geht mein boot auch kaputt ach quatsch hast du das ach quatsch kommst denn darauf wollte nicht einfach nur so ein schützt schon wieder boot rally acht minuten noch endlich keine spitzsacke ja naja so ist das nun mal jetzt habe ich Mist gebaut 26 FPS 27 fernig über das Wasserfahrt nicht gut oh komm ganz schön viel Wasser gerade das ist extrem viel Wasser gerade so stimmt die stelle wo ich nicht lang fahren wollte eigentlich so und dann doch mit dem boot gefahren wollen nichts gefunden nach da kann ich auch schon runter beziehungsweise beziehungsweise hier lang da kommt runter gehen gut dann fahr ich jetzt mal so lang ich höre schon der Gas komm schon ich fahrs wirklich mal gegen das Eis Gas und hier ist es auch nicht egal wo ich lang gehe mein boot ist wieder kaputt er ist auf jeden fall da hab ich ihm vorher extra gemacht so jetzt bin ich auch wieder da wo ich angefangen habe rüber zu fahren okay jetzt ist da dann heißt das auf nah hause dann sind sie nur noch ungefähr... ja... 4000... Blöcke... 4820... Ungefähr... Nerv nicht, Garstig... Gas, Gas, Gas! Er ist schon wieder garstig! Okay... Garstig... Ist der Gas fangen wir zu dir? Lava... Nicht da reinfallen... 9 Minuten... Ne, 9,5... Ja... Gleich sofort... Gas, Gas, Gas... Er ist wieder so garstig... Gleich sofort macht der Flash hier einen Mord... Nee, ich wollte noch nicht so sterben, noch nicht ganz, aber irgendwann mal... Du machst einen Mord... Welchen denn? Also nicht... Ich töte doch keinen... Ich habe gerade so fünf Blöcke noch um in den Boot zu krachten... Lucky... 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 Satt... Bam... 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 Ich wollte eigentlich noch... Wow... Suchen gehen unterwegs, aber... Na ja... Gas, 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 Gas... Schon wieder Land... Land vom Boot... Und ein Gas... Und weich hinten... Und der weich nicht... Gass auf sein Gesicht... Bremsen... Wuh... Bamba... Der kam ja von hinten auch noch... Mh... 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 Nein... Voll... Knapp daneben, ey... Knapp daneben ist auch vorbei... Sagt der kleine Flashy-lein... PACK EIS! Wieder gefunden... PACK EIS! 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 Jetzt geht kaputt da oben... Komm schon... So... Ich brauche Holz... BAM... BAM... So... So... Richtig, trock... PACK EIS! PACK EIS! Was bist du jetzt? PACK EIS! P73 EIS! Ja... Kaputt gegangen... Kaputt gegangen... Kaputt gegangen... GAS... Na, so wie Du! Fituar! Mh... Ich brauche nicht... Da unten, ja... Bleib mir da unten... Mitten durchs Packeis rein Packeis Packeis Das ist egal hier auch geil Das sieht ja auch noch immer aus Machen wir mal ein Screenshot davon Zack So Zack Das sind ja schon wieder Ja Ich kann auf Eisbett setzen 12 Minuten haben wir gleich Ich weiß 12 Minuten in den 3 Minuten die ich noch sterben könnte 12 12 Tucka Tucka Wir fahren Boot 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 Du fährst Boot 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 Monkey Island Musik 8-Bit-Version Vor der neben geschossen das war mir außerdem klar ich hätte ich auch gerne war mir auch klar weil das über das wasser übers mehr 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 wir wollen mehr 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 doch schade aber übrigens ich habe jetzt auch ein ob die fein geht wie spendest du ja nicht für den optifine hersteller wirklich gut das ist das ja alles wird gut sind das mit boot 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 abbauen kommen wir mal raus hier sucht jemand anders zu hause eine minute noch habe so lange gewartet dass das kam wieder hochgesprungen weil ich mein boot wieder einsammeln musste dass ich das aufsammeln naja geht es bis zum grund runter ja wieso nicht ganz schnell unten und wenn du runter ist aber ist doch nichts neues weißt du doch meine kraft so hieselige kraft schilder die kraft ein fuß juckt ein fuß juckt fünf vier vier drei zwei zwei eins und ende und bis zum nächsten mal leute tschau tschüss tschüss